Die Phantastilie Die Phantastilie Die Phantastilie So geht da nicht. Kannst du weiterkommen? Die Fantastilliarde ist keine reale Zahl. Es ist bloß elfbar, die sich unter einem Kursivkonsonanten verbergen. Die Antwort lautet Patriumchlorid. Die Fantastilliarde ist keine reale Zahl. Oh, oh, oh. Die Fantastilliarde ist keine reale Zahl. 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 Ich habe da eine Theorie. Die Antwort lautet Die Antwort lautet Die Antwort lautet Die Antwort lautet Gen der Ball Die Antwort lautet Die Antwort lautet Die Fantastie, ja, da ist keine reale Zahl, ist geboten. Die Fantastie, ja, da ist keine reale Zahl, ist geboten. Die Fantastie, ja, da ist super. Aber das ist kein Problem für die Wissenschaft. Die Fantastie, ja, da ist keine reale Zahl, ist geboten. Die Fantastie, ja, da ist keine reale Zahl, ist geboten. Die Fantastie, ja, da ist keine reale Zahl, ist geboten. Ich habe da eine Theorie. Die Angst, die Antwort lautet Atmuklorid. Es ist bloß elf wahr. Ich habe da eine Theorie. Es ist bloß elf wahr. Aber das ist kein Problem. Die Antwort lautet Atmuklorid. Die Antwort lautet Atmuklorid. Die Antwort lautet Atmuklorid. Er ist in 2,3,3, 돼요! Oder? Oder? Ora? Oder? Oh, ja! Oh, ja! Schnell, komm frau. Oh, ja! Aber das ist kein Problem. Aber das ist kein Problem für die Wissenschaft. Aber das ist ein 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 Problem für die Wissenschaft. Oh ja, oh ja, oh ja! Oh ja, oh ja, oh ja! Oh ja, oh ja, oh ja! 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 Yeah, I'm too bad! Oh ja, oh ja, oh ja! Oh ja, oh ja, oh ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017